DFG Science TV. Natur am Start. Leben im Tagebau. Von der Mondlandschaft zum Ökosystem. Wir sind hier im künstlichen Wassereinzugsgebiet Hühnerwasser. Dieses Gebiet ist im Prinzip ein Ökosystem, was sich vom Punkt Null an entwickelt. Und wir sind jetzt hier im Jahr 4 der Entwicklung angekommen. Man sieht schon einiges an Pflanzen, hört Vögel und auch andere Tiere. Man kann sagen, dass dieses Wassereinzugsgebiet Hühnerwasser durchaus weltweit einzigartig ist. Uns interessiert hier, wie entwickelt sich ein Ökosystem vom absoluten Nullpunkt aus. DFG TV. Weck den Forscher in dir.